Große Erleichterung. Schalke gewinnt mit 1 zu 0 gegen Braunschweig und die Abstiegssorgen sind ein bisschen weniger geworden, auch wenn sie natürlich da bleiben. Wir sprechen im Schalke Talk über das Spiel, aber nicht nur über das Spiel. Wir sprechen über Finanzen, wir sprechen über die mögliche Opposition und wir diskutieren darüber, wer für uns der Spieler des Spiels ist. 1904 der Schalke Talk. Viel Spaß. Nächste Woche bringe ich ein Kännchen Öl mit, denn es hat ziemlich geknirscht, als ich dem Kevin gerade die Arme zum Jubeln hochgemacht habe. Schalke hat gestern 1 zu 0 gewonnen und er hat allen Grund dazu zu jubeln, denn es war ein super wichtiges Spiel. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn Schalke dieses 6-Punkte-Spiel, das es eigentlich nicht gibt, verloren hätte. Aber heute reden wir über einen 1 zu 0 Sieg. Wir, das sind in diesem Fall Andreas Ernst, Schalke Reporter. Glück auf. Mein Name ist Matthias Hesemann von der Watz Gelsenkirchen, 1904 der Schalke Talk und die 1904 Minuten, die starten jetzt. Ja, die Metapher von den Felsbrocken, die von den Herzen fallen, ist ja schon oft bemüht worden, aber gestern war es so ein bisschen so. Also es war kein schönes Spiel, aber es war ein unfassbar wichtiges Spiel. Hat man beim Torjubel gemerkt, warst du im Stadion? Ich war im Stadion. Ja, so. Ich fand, das war schon ein Torjubel zu einer Zeit, in der Eintracht Braunschweig langsam besser wurde. Die Stimmung so ein bisschen zu kippen drohte in der Arena und dann kommt dieses Tor von Karamann und da ist wirklich bei jedem Schalker im Stadion so einiges abgefallen. Und es war nicht schön, es war eng, es war am Ende ein ganz schönes Zittern in der Arena. Das hat man auch gemerkt, dass der Schweiß doch bei einigen auf der Stirn stand, aber es hat am Ende gereicht, drei Punkte. Und jetzt sieht die Welt im Tabellenkeller doch ein bisschen angenehmer aus. Ja, die sieht immer noch nicht gut aus. Bisschen angenehm. Immer noch vier Zentner, immer noch nur drei Punkte Vorsprung auf Platz 16. Ja, aber es sind auch nicht mehr so viele bis zum einstelligen Bereich zum Beispiel, was aber nicht zu dem Fehler führen sollte, den im Winter der ein oder andere gemacht hat, dass man jetzt nur nach oben guckt, sondern der Blick sollte auch nach unten gerichtet sein. Nein, also ich glaube, jeder, der das Spiel gestern gesehen hat, dem ist ganz klar deutlich geworden, dass diese Mannschaft mit irgendwelchen oberen Tabellenregionen aber auch schon mal gar nichts zu tun hat. Denn unterm Strich und ganz neutral, was schwer ist, aber neutral gesehen, war das ein Grottenspiel, oder? Da hat wirklich, da hat der 16. gegen den 15. oder 15. gegen den 16. gespielt und man hat es deutlich gesehen, oder? Ja, wenn wir eine Spielnote verteilen müssten, dann wäre das eher so eine 4 oder eine 4,5. Es war nicht das beste Spiel, das Schalke bestritten hat, aber naja, wir haben so oft geschimpft an dieser Stelle, dann können wir doch auch mal das Positive rausarbeiten. Das Positive finde ich am Ende die drei Punkte, die Null, die hinten gestanden hat oder die immer noch hinten steht. Insofern, ja, aber es gab ja rund um das Spiel ziemlich viele Sachen, über die man reden müsste. Da können wir direkt hinten im Tor anfangen, da stand nämlich gestern nicht, wie noch in Kaiserslautern, Ralf Fährmann, sondern Marius Müller. Ja, und auch da muss man sagen, als die Aufstellung vorgetragen wurde, was für ein Applaus das war, als der Quatscher gesagt hat, und im Tor mit der Nummer 32, da haben wir alle Schalker applaudiert und es war ganz laut. Da habe ich mich auch kurz gefragt, was mag dem Ralf denn gerade durch den Kopf gehen? Ja, das war jetzt, wir haben so oft über Ralf Fährmann gesprochen, er hat seine Chance bekommen zu Beginn der Rückrunde. Es ist also nicht so, dass er gar nicht ins Tor zurückgekehrt ist, was sein Berater in der Hinrunde ja bemängelt hat. Da hat er ja bemängelt, dass die etatmäßige Nummer 1 kommt zurück, also muss die Nummer 1 auch spielen. So war die Argumentation, obwohl Marius Müller gut war. Jetzt kann der Berater diese Argumentation nicht mehr verwenden, weil Ralf Fährmann ja gespielt hat. Er hat es einfach nur nicht gut gemacht und Karaj Gerrads, der Trainer, hat es gestern auch so begründet, er brauchte einfach ein bisschen mehr Ruhe von hinten. Kenan Karaman, der Torschütze, hat gesagt, der Mülli, so wird er ja genannt, bringt uns Positivität. Und man merkt das auch, der ist lautstark, der dirigiert die Abwehr, das sieht man im Training. Ich habe das auch schon mal geschildert, wie laut er ist einfach. Und selbst wenn es mal nicht so gut läuft, der Kopf geht nie nach unten, der steht immer so hinten. Und der holt ja im 5-Meter-Raum sich jede einzelne Flanke, das macht natürlich dann auch Sicherheit aus. Wenn du weißt, da kommt eine Flanke von außen und der pflückt dir dann eh runter. Ist jetzt von den Braunschweigern nicht allzu sehr geprüft worden. Die Braunschweiger hatten zwar die eine oder andere Chance, aber das hatte jetzt nicht mit einem Torschuss zu tun, den Marius Müller parieren musste. Also das waren eher Spieler, die den Ball nicht getroffen haben oder ein grätschender Schalker, der den Ball weggegrätscht hat. Die Schüsse kamen meistens nur auf Mann, es waren noch nur 8 Torschüsse der Braunschweiger. Aber nichtsdestotrotz war schon zu merken, dass Marius Müller ein Schlüsselspieler werden kann. Definitiv. Es ist auffällig, es war die schlechteste Abwehr in der 2. Liga mit 41 Gegentoren. Torwart wechseln, Müller zurück, 0 steht. Ich fand eine Szene so bezeichnend, ich stand in der Nordkurve und hatte das Batsch direkt vor Augen. Müller fängt irgendeinen Ball ab. Er schüttet den Ball runter, will das Spiel schnell machen, aber seine Vorderleute pennen so ein bisschen. Das passiert nicht und er macht die erstmal richtig lang. Gibt dann irgendwie den Ball, ich weiß nicht, an Möken oder sowas, aber dann staucht er die einmal richtig zu. In der ersten Halbzeit ging es einmal, da hat er irgendwie so einen gefühlten 100 Meter Abwurf auf Chulinov gemacht, auf der rechten Seite. Und hinterher war es so, er fängt den Ball in meiner Flanke ab, will das Spiel schnell machen, sucht, sucht, sucht und alle traben langsam nach vorne. Und dann bleibt ihm halt nur der kurze Abwurf. Genau, aber diese Präsenz und diese Sauerheit an der Schalke, glaube ich, ein bisschen gefehlt, die letzten Spieler. Wobei wir auch schon, wenn wir gerade von Spielern reden, bei einer neuen Rubrik sind, im Schalke-Talk, nämlich den Spieler des Spiels. Also wir überlegen uns jetzt in jeder Woche, wer denn der Spieler des Spiels sein kann. Und da gehen heute die Meinungen so ein bisschen auseinander. Vielleicht magst du anfangen. Ja, Spieler des Spiels. Für mich ist Kenan Karaman der Spieler des Spiels, weil keine Mannschaft ist etwas ohne den, der vorne die Tore schießt. Und das ist in dieser Saison Kenan Karaman. Er ist die Lebensversicherung, würde ich sagen, neben Marius Müller. Er ist die Lebensversicherung dieser Mannschaft, weil er mit Toren und mit Vorlagen, er hat ja fast genauso viele Vorlagen wie Tore geschossen. Und weil er so ein Spielverständnis hat, in Kaiserslautern vor einer Woche hat man ja gesehen, was für tolle Pässe er auch drauf hat. Und er ist eiskalt vor dem Tor. Er wird von den Fans auch wirklich geliebt. Gestern zum ersten Mal alleine hervorgehoben und gefeiert, hat sich dafür bedankt, war wirklich sehr ehrfürchtig vor dieser Nummer. Für mich ganz klar Spieler des Spiels Kenan Karaman. Finde ich jetzt wenig Argumente gegen, trotzdem, mein Spieler des Spiels wäre Mörkin. Weil Mörkin, die Szene haben wir vielleicht noch alle mit Schrecken vor Augen, läuft die zweite oder dritte Minute. Braunschweig überspielt die Schalker Kette, taucht auf einmal völlig frei vom Schalker Kasten aus, kommt eine Flanke rein. Die geht an Müller vorbei. Aber Mörkin steht genau richtig, grätscht am langen Pfosten den Ball weg. Ich sage, wenn der Ball reingeht, dann haben wir hier heute Morgen ein ganz anderes Gespräch. Und dann guckt er mit Sicherheit ganz anders. Dann bereitet Mörkin auch noch mit einem schönen Pass auf Karaman das 1-0 vor. Mein Spieler des Spiels wäre Mörkin. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das genauso seht, ob ihr es so seht wie Matthias oder wie ich. Und nächste Woche kühlen wir einen neuen Spieler des Spiels. Genau. Mal gucken, wer das wird. Ansonsten personell, was ein bisschen überrascht hat, war vielleicht die Aufstellung von Matriciani als Rechtsverteidiger. Ja, ich würde das so formulieren. Matriciani hatte so ein bisschen das Glück, dass Cedric Brunner gelb gesperrt war. Und dass auf der anderen Seite der Neuzugang, Brandon Soppi, erst zwei Tage zuvor da war. Und er eher ein offensiver Schiedenspieler in so einem 3-5-2 ist, sodass in dem Fall Matriciani der Einzige war, der für diese Position noch zur Verfügung stand. Das war sein Glück, dass er nochmal eine Chance in der Startelf bekommen hat. Ich finde, er ist immer noch ganz einfach auszutricksen auf der linken Seite. Wenn er Auge in Auge seinem Gegner gegenübersteht, dann macht der Gegner eine kurze Drehung, spielt den Ball zwei Meter nach links und kommt immer an der Henning Matriciani vorbei. Das ist auch gestern nicht so gut gewesen. Nach vorne hatte er sogar die ein oder andere angenehme Szene, hat er an sich gearbeitet und hat die Kritik sich wirklich zu Herzen genommen. Da hat er schon schlechter ausgesehen. Das war vor allen Dingen, je mehr das Spiel dauerte, am Anfang hat man schon noch gemerkt, wie unsicher er ist. Er hat es dann auf den Gegner zugelaufen und anstatt einen Pass in die Schnittstelle zu suchen oder einen Steilpass, hat er immer den Ball gestoppt und zurückgespielt. Am Anfang war der Mut noch nicht so da, aber das war Matriciani. Jetzt hast du gerade schon Brandon Soppi erwähnt, den Neuzugang, der so last minute, noch kurz vor Ende der Transferperiode kam. Hast du ihn schon gesehen im Training? Was hast du für einen Eindruck? Nein, die Trainingsanheiten, die er hatte, die waren nicht öffentlich und auch nicht medienöffentlich. Dementsprechend kann ich keinen persönlichen Eindruck da benennen. Aber Kare Gerrits hat begründet, dass eben, so wie ich das gerade angedeutet habe, er noch für die rechte Seite sich ein offensives Profil gewünscht hat. Weil Brunner und Matriciani ihre Stärken in der Defensive haben und du für ein offensives Spiel einfach auch über den rechten Flügel jemanden brauchst, der beides beherrscht. Und Soppi ist in dem Fall, soll so einer sein. Hat ja auch einen relativ hohen Marktwert noch, kommt aus Italien, aus Bergamo. Bin sehr gespannt. Ansonsten, was mir gestern noch aufgefallen ist, ist, dass so kreativ nach vorne im Grunde genommen überhaupt nichts geht, oder? Also das defensive Mittelfeld fand ich gestern eher schwach. Nach hinten, okay. Ja, also Schallenberg hat eins seiner besseren Spiele gemacht noch. Vor Seguin. Der Zweikampfschlag, Seguin, also ich muss an dieser Stelle echt mal Seguin verteidigen gegen viele, also wirklich, Seguin hatte gestern wirklich mit Abstand auf dem Platz die meisten Ballkontakte. Weil jeder, jeder, wirklich jeder Angriff auf Schalke läuft über Seguin. Das war ja auch in Kaiserslautern zu sehen. Kaiserslautern hat Paul Seguin Mann gedeckt und Schalkes Offensivspiel war platt. Und weil nämlich jeder weiß, Seguin ist ein Schlüsselspieler in dem System von Karel Gerrads. Er wurde auch manchmal angespielt im Bedrängnis. So nach dem Motto, wohin mit dem Ball? So, ab zu Paul. Und dann ist er natürlich im Bedrängnis. Auf der anderen Seite, manchmal kam ein Raun durch die Arena, wenn Paul Seguin das Spiel nach Meinung der Fans verschleppt hat. Konter läuft, Spieler laufen nach vorne und Seguin tritt auf den Ball und macht das Spiel langsam. Dann natürlich raunt man dann erstmal nur, was willst du machen in dem Konto? Willst du Simon Terodde schicken? Kena Karamann ist jetzt auch kein besonderer Konterspieler, konnte ich in den einzelnen Szenen verstehen. Er hatte einige gute Aktionen. Er hatte natürlich auch zwei, drei Querpässe, womit er Konter, der Braunschweiger, eingeleitet hat. Für mich, ich habe gestern auch die Einzelkritik gemacht, war das eine Drei. War das in der Tat wirklich eine Drei, weil Paul Seguin doch die Schlüsselfigur für diese Mannschaft ist, was man doch auch nach außen dann auch mal verkaufen und vertreten muss. Aber man sieht ja auch daran, dass das Gesamtniveau halt einfach nicht so doll ist. Also wenn du so richtig sagst, der weiß nicht wohin mit dem Ball, dann hat er ja auch ein bisschen was mit den Leuten zu tun, die er durch den Spielen können. Weil, man muss ja sagen, Paul Seguin kriegt den Ball, hat häufig über die rechte Seite aufgebaut. Auf der rechten Seite ist Matriciani hinter ihm. Er guckt auf den Ball, drückt, zeigt dann auch manchmal, in welche Lücke Matriciani laufen soll. Aber der macht das dann nicht. Ron Schallenberg ist halt auch eher so ein Kämpfer. Man hat gemerkt, dass die Doppelsex ihm sehr gut getan hat. War ja häufig unter Thomas Reiß auch der Einzige. Und dann waren die Lücken halt relativ groß. Aber er ist halt auch nicht so derjenige, der ist ja auch kein Maradona so. Und so dass Paul Seguin, der zweifelsohne Fußball spielen kann, ich hoffe, da bist du dann mit mir einer Meinung, dass er wirklich Fußball spielen kann, ihm manchmal die Leute fehlen, die mit ihm Fußball spielen. Lass uns einen Haken unter das Spiel setzen. 1-0 gewonnen. Ich glaube, von dem Spiel werden wir hoffentlich in ein, zwei, drei Monaten nie wieder reden. Aber es ist ja umsonst auch recht viel passiert auf Schalke. Also was die Woche vor allem durch die Medien geisterte, war natürlich dieses Horrorszenario. Schalke steigt aus der zweiten Liga ab. Und die Frage ist dann, wohin steigt Schalke ab? Weil es war ja mehrfach zu lesen, für die dritte Liga bekommen die überhaupt keine Lizenz. Also wenn der Abstieg tatsächlich passieren sollte, dann fällt Schalke ja irgendwie in die Tiefen des Amateurfußballs. Und hoffentlich reden wir auch darüber in zwei Monaten nicht mehr, wenn auch der ein oder andere Punkt noch dazugekommen ist. Ich kann dazu halt nur sagen, dass Christina Rülhamers stellt gerade Lizenzunterlagen zusammen, so wie das so ist, dass man für die zweite und für die dritte Liga was zusammenstellen muss. Das macht keinen Spaß. Im Fall eines Abstiegs wird der FC Schalke 04 sich grundlegend verändern. Aber es ist jetzt natürlich noch gar nicht klar, ob Schalke 04 in die Amateurbereiche abstürzt, was man nie ausschließen kann. Oder ob Schalke in der dritten Liga an den Start geht. Wenn Schalke jetzt schon wüsste, dass sie in den Amateurbereich gehen, dann würde sie ja keine Lizenz für die dritte Liga einreichen. Also trauen sie sich schon zu, dass sie das so zusammenstellen müssen. Nur das macht halt die Stimmung auf der Geschäftsstelle auch so schwierig gerade, wenn du Mitarbeiter des FC Schalke bist, fest angestellt und du weißt nicht, ob du im halben Jahr noch einen Job hast. Das heißt, an so einem Spiel gegen Braunschweig hängt halt total viel dran. Ich meine, auch für die Stadt Gelsenkirchen, wir haben das vor einer Woche mal thematisiert, hat das eine wirklich wichtige Bedeutung. Und so drei Punkte gegen Braunschweig sind drei Punkte für die Tabelle, aber auch ein bisschen mehr Erleichterung für die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle und für den einen oder anderen, der bei der Stadt Gelsenkirchen arbeitet. Ja, wo du gerade die Finanzen ansprichst, anderes Thema. Es geht um das Thema Vermarktung oder Auslagerung der Sport-Marketing-Rechte. Korrigiere mich, wenn ich das falsch sage. Am besten erklärst du es mir, weil ich habe es nicht so ganz verstanden. Es ist eine Debatte, die man echt ein bisschen entemotionalisieren muss. Also es gibt Kollegen, Medien, die schon die Meinung vertreten, dass Schalke die Marketing- und Catering-Rechte verkauft hat um für die kommende Saison liquide zu sein, um die Lizenz zu kriegen. Das ist die Behauptung, die im Raum steht. Nach meinen Informationen stimmt das nicht. Nach meinen Informationen wird sich der Verein auch dazu äußern. Der Verein wollte sich nicht vor dem Braunschweig-Spiel dazu äußern, damit der Fokus auf dem Spiel liegt. Aber in der kommenden Woche gibt es eine Stellungnahme des Vereins zu dem Thema. Es ist noch gar nichts unterschrieben. Das ist nicht wahr. Und dass Schalke jetzt festes Geld braucht, um eine Lizenz zu bekommen, stimmt auch nicht. Aber worüber reden wir da? Wir reden zum Beispiel darüber, Marketing-Rechte. Es gibt ja einen Teil des Marketings ist Vertrieb. Und um den Vertrieb geht es, weil der Vertrieb kümmert sich um die Akquise von Sponsoren. Und Matthias Tillmann, der neue Vorstandsvorsitzende, hat uns erklärt im Interview im Trainingslager, dass er sich alle Optionen anguckt, die Schalke hat und dass er dann sieht, was ist für Schalke aktuell das Beste. Und so wie ich das, glaube ich, meine zu wissen, ist es so, dass er für eine der besten Optionen hält, diese Teile dieses Vertriebes da zusammenzuarbeiten mit einer Agentur. Das stimmt. Also ganz kurz, das heißt, die Agentur zahlt Schalke Geld dafür, dass die dann im Prinzip Sachen vermachen darf, Und die Details sind auch noch nicht komplett ausgearbeitet. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Gibt es eine sogenannte Signing-Fee, also so eine Sofortzahlung, gibt es die nicht. Und was auch ganz wichtig ist, und das ist ja die Angst vieler Schalker, dass Schalke alles abgibt. Nach dem Motto, Schalke gibt den Vertrieb an eine Agentur. An Agenturen gibt es ja viele. Schalke laufen auch Ausschreibungen. Da gibt es Sport5, da gibt es Infront, da hat Schalke sich viel ausgenommen. Natürlich präferiert man dann irgendwann Partner, so wird das dann laufen. Aber es ist nicht so, dass Schalke Geld kriegt und dann quasi kommt der Partner um die Ecke und sagt, übrigens, wir machen jetzt wieder Gazprom-Werbung, weil ihr könnt euch ja nicht wehren. Im Endeffekt ist es bei dem Modell immer noch so, dass Matthias Tillmann und Christine Rülamas, also der zweiköpfige Vorstand, jeden einzelnen Vertrag, den die Agentur hinlegt, unterschreiben muss, sodass Schalke da immer noch so ein bisschen das Auge drauf hat. Man kann das natürlich immer noch kritisieren und sagen, das ging doch jetzt ein paar Jahrzehnte unter Alexander Jobst ohne. Ja, stimmt. Das wäre natürlich besser, wenn man alles alleine machen kann. Aber in dem Fall, wir bewegen uns gerade in einem sehr schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Die Erfahrung machen auch sehr viele andere Vereine, dass das Geld bei den Unternehmen halt nicht mehr so locker sitzt. Und da bei Schalke auch etliche im Zuge der vergangenen Jahre, die nicht so erfolgreich sind, etliche Leute aufgehört haben, müsste Schalke natürlich jetzt erstmal wieder Leute einstellen, ihnen eine Expertise geben. Und die Zeit hat Schalke im Moment nicht. Und deshalb ist Schalke dann kurz davor einige dieser... Also es gibt, ich hoffe, ich habe das jetzt gut genug dargestellt, diese Pros und Kontras. Ich halte mich so neutral wie möglich. Ich will es nur erklären und entemotionalisieren. Ja, schwierig natürlich, gerade angesichts der Situation gerade. Aber es gab ja auch oder gibt auch Kritik daran. Davon war auch zu lesen. Es gibt diese etwas nebulöse, ominöse Opposition, die sich da gegruppiert hat. Was kannst du dazu sagen? Ja, von dieser Opposition haben wir ja auch schon vor Monaten gesprochen, dass sie existiert. So wie es verlautet, ist eine Opposition, die der aktuellen Vereinsführung mit den Namen, die genannt wurden, jetzt nicht besonders wehtut, wenn es um Armin Langhorst, Peter Neurohrer, Ingo Anderbrücke geht, Helmut Sandrock zum Beispiel. Leute, die für das alte Schalke stehen, die nicht so viele Kontakte haben. Was Axel Hever, der Aufsichtsrat und Matthias Zilmer nicht unterschätzen sollten, dass auch viele Sponsoren der Meinung sind, dass die aktuelle Vereinsführung ihren Job nicht gut macht. Und natürlich schwebt der Name Clemens Tönnies über allem. Wie hat Clemens Tönnies bei der Opposition seine Spur drin? Er hat nichts dagegen, dass er Zugpferd ist, dass er in den Schlagzeilen genannt wird. Da heißt es ja immer, jetzt schaltet sich Tönnies ein. Aber es ist jetzt nicht so, dass er einen offenen Brief mitformuliert hat. Aber natürlich hat er so ein bisschen Macht, weil er über Böcklunder gerade Premium-Partner ist und nicht wenig Geld gibt. Der Vertrag läuft aus und er hat natürlich auch zu Feltins Kontakte. Er ist vernetzt, natürlich. Genau, Feltins ist quasi ein Sponsor, den er vor vielen Jahren mal herangeholt hat. Er kann gut mit Stölting und so weiter. Er kann auch sehr gut, er ist blendend vernetzt, auch im Fußballnetzwerk telefoniert mit vielen. Auch das sollte der Verein nicht unterschätzen. Wie realistisch ist das denn? Also es geistert ja immer so ein bisschen in die Vorlöhe, den Raum nach dem Motto, wenn es die Opposition das sagen hätte, dann müsste der komplette Vorstand erst mal zurücktreten. Ja, auch da bewegen wir uns halt in der Satzung, ist ja das geflügelte Wort. Revolution sieht die Schalker-Satzung nicht vor. Habe ich auch schon mal gesagt, keine Satzung sieht eine Revolution vor, sonst wäre es keine Revolution. Ja, genau. Aber die einzige Möglichkeit, dass der aktuelle Aufsichtsrat aus dem Amt scheitert, ist ein Rücktritt. Ganz einfach. Und der ist aktuell bei Axel Heffer, dessen Amtszeit ja noch zweieinhalb Jahre gilt, schlicht und einfach nicht in Sicht. Ja. Sodass meine Prophezeiung ist, ja, es gibt eine Opposition, ja, es steht auch irgendwann in diesem Jahr wieder eine Aufsichtsratwahl an, da können sich dann auch Leute theoretisch dem Wahlausschuss präsentieren und werden dann zugelassen oder werden nicht zugelassen. Aber ich würde nicht sagen, dass jetzt so schnell ein Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats bevorsteht. Kann natürlich sein, und das ist auf Schalke immer so. Also, je nach Ergebnis. Gibt es jetzt, werden die nächsten fünf Spiele verloren, dann stehen wir in fünf Wochen hier und reden natürlich darüber, dass die Kritik größer wird, dass die Opposition größer wird, dass das Momentum für eine Opposition natürlich ein bisschen angenehmer wird. Gewinnt Schalke die nächsten fünf Spiele, beruhigt sich alles. Nächstes Spiel ist Schalke, deswegen reden wir hier jede Woche so gerne. So, nächstes Spiel heißt in dem Fall Holstein-Kiel am Sonntag, Karnevalssonntag. Du bist da wahrscheinlich. Ja, ja, aber wird Karneval gefeiert in Kiel? In Kiel wahrscheinlich nicht, aber wir sagen. Aber es wird schwer, ne? Ja, genau. Tameja Kiel hat ein bisschen, glaube ich, drei Spiele noch nicht gewonnen jetzt. Ein bisschen schleppend aus der Winterpause gekommen, war ein Herbstmeister. Viele Ex-Schalker im Kader sind aber auswärts besser als zu Hause, haben jetzt drei Spiele, wie ich schon sagte, nicht gewonnen. Der Kapitän, auch ein Ex-Schalker, Louis Holtby, ist nicht dabei. Ist gesperrt, gelbe Karte, fünftige gelbe Karte, sodass vielleicht doch mit dem Schwung mit Müller, Mörkin und Karaman doch was möglich ist. Dein Wort in gutes Ohr. Wir reden drüber, die Zeit ist um. Wir reden über das Kiel-Spiel am kommenden Montag, Rosenmontag. Rosenmontag? Es ist Rosenmontag, ja. Wenn mich nicht alles täuscht, ist der Montag, an dem wir den Talk machen, Rosenmontag. Da werden wir mit Partnern hier stehen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ihr werdet sehen, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal, auf das kleine Glöckchen bei YouTube klicken. Ansonsten besten Dank an alle und wir wünschen euch einen schönen Sonntag und hoffentlich gute Gespräche morgen mit den Kollegen von anderen Vereinen. Habt ihr euch verdient. Glück auf. Glück auf. Glück auf.